So Leute, hier sind wir wieder bei Taktik-Suche und wie ihr vielleicht seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar haben wir hier jetzt einen Ritter, der mir gerade auffällt, dass ich den Spell wegnehmen muss. Einen weiteren Ninja, auf dem ich diesen Spell jetzt geben kann. Okay, gebe ich dem dem. Noch einen Ninja, Pflauros. Einen weiteren Ninja, Rhys. Thelma. Linus. Ivana und Lucia. Ich habe die ungefähr wieder so angeordnet, wie sie beim letzten Mal waren, als sie mir aufgehört haben. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was gemacht. Wie ihr seht auch an den Leveln, weil mir ist aufgefallen, also ich bin einfach blind links drauf losgestürmt. Und es ist mir aufgefallen, Stopp. So verrecke ich, deswegen bin ich wieder an diesen Ort gekommen, habe aber nicht mehr die Charaktere alle behalten dürfen, weil ein paar davon draufgegangen sind. Und wer hier tot ist, der stirbt, also musste ich neue nehmen und die neue hochtrainieren. Aber, ihr werdet jetzt sehen, das Video kommt wieder. Also, schaut euch das Video an. Ich werde dazu auch weiter was sagen. Ähm. Ja, also die Musik wird jetzt noch was schneller. Ich habe ausgefunden, ich kriege das Ganze noch ein Stück schneller hin. Ähm. Aber wir sind ja bald an dem Punkt, wo wir waren. Ab dann kann ich wieder ganz normal spielen. Muss nicht mehr die Geschwindigkeit hier hochsetzen. Also Leute, probieren wir es mal hier. Kennen wir auch noch alles. Alles bekannt. Und mit der kleinen Fee. So. Don't lag behind. Immer noch ein perverser Spruch, wie damals. Immer noch. Okay. Den hätte ich vielleicht beim Ninja lassen können. Aber, wie gesagt, hier sind Ninjas einfach nur der Wahnsinn. Weil sie so eine weite Reichweite haben und über Wasser gehen können. Was den meisten Menschen verwehrt ist, kriegen diese Typen mit. So. Immer noch keins um angreifen. Okay, schade. Es ist immer schön, den Prävitivschlag zu legen. Zu haben. So, und da besetzen wir gleich mal die Insel. So, Glyssi habe ich so lange noch dabei, bis ich mal einen Shop gefunden habe, der... Verdammt, schade daneben. Der Drachen verkäuft. Sobald ich auch noch genug Geld dafür habe. Immerhin kosten die Dinger 3000 Goth. Und Prävitivschlag. Komm schon. Ja, der erste... First Part. Wie gesagt, ich werde mir den noch zu schnell es geht zulegen. Ja, und die Geschwindigkeit ist jetzt um einiges höher. War ich vorher meistens so bei 300%, bin ich jetzt bei 500 bis 600. Also, es ist um einiges schneller und deswegen sage ich auch, ähm... Für euch kann es ja nur positiv sein. Okay, ich muss mit dem Ritter wieder an Land, das bringt sonst nichts. So, und voll auf die Nüsse. Bäm. So. Nachteilbar ist halt, die kompletten Gegner können fliegen. Und... Wenn die fliegen können, ist das ein bisschen unfair. Naja, egal. Airblade. Oh, jubelbam. Vor allem sind die Feen hier auch noch so schnell. Das ist auch nicht mehr feierlich. Aber wir haben ja unsere eigene Feen. Die genauso schnell ist, wenn sie will. Was uns mit Pfeil und Bogen ausgerüstet ist, die überhaupt nichts bringen. Also Pfeil und Bogen ist in dem Spiel so nutzlos. Was irgendwie sein kann. Gucken, was wir mit dem Gegner rumkriegen. Ach du heilige. Ach du Schande, was war das denn? Neun Schaden. Ist nicht viel. Ist gar nicht viel. Ja, stimmt. Wir können ja rein heute mal gucken, ob wir von denen eben was brauchen können. Und die vielleicht überredet kriegen. Na, hätte ich vielleicht ein Beast-Tamer mitnehmen sollen. Naja, egal. Wie dre... Ah ja, stimmt ja. Stimmt ja. Um der Zeit habe ich herausgefunden, diese Zauber werden zum Teil echt super stark. Nö, 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 nö. Nö, alles doof. Also, alles umbringen. Da wir ja nichts besseres zu tun haben. Aber mal heilen. Verdammt. Ja, okay. Sowas passiert. Sowas kommt vor. Die haben alle schon die Eisenrüstung an. Die hätte ich auch mittlerweile gerne. Ich habe eine Eisenrüstung und eine Frostrüstung. Aber wie man merkt, die sind schon sehr hochlevelig. Und ich bin hier mit den Level 3ern und 4ern reingerannt. Das war so der absolute Tod. Das sah ungefähr genauso aus wie hier jetzt. Nur halt noch schlimmer. Deswegen... Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oh, Heavenly Spirit. Das heißt, sie können jetzt besser heilen. Ist auch nicht schlecht. Ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, warum es davon keine Aufnahmen gibt. Ich wollte einfach mal ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumtesten. Eine... Charakter habe ich dismissed. Jetzt weiß ich auch, wie man ihn dismisst. Also aus dem Team schmeißt. Das war ziemlich dämlich. Wie gesagt, ich hatte nicht wirklich gespeichert. Und danach nochmal gespeichert. Und dann kam alles komplett durcheinander. Tut mir jetzt leid, in dem Spiel ist irgendwie der Wurm drin. Aber naja. Den kriegt man auch irgendwie raus. So, es sieht bisher nicht gut aus. Gar nicht gut. Also ein Ninja. Hier, Linus. Sehr gut gefressen. Das ist der. Der macht aber auch irgendwie keinen Schaden an nichts. Das ist... Der ist irgendwie nutzlos. So. Und weiter geht's. Na gut, der macht immer noch mehr Schaden wie die anderen. Egal, wie langt... ...alles über 100 HP ist gut. Ähm. Seine Leben halbiert. Okay, ist nur 26 gewesen. Aber egal. Egal. Komm schon. Ja. Wie, die kommt da nicht hoch. Was soll der Müll denn? Hey, aber so ist Linus, wenn jetzt ein Zinnerreich wird. Da unsere Healerin eh nichts anderes machen kann, außer Healen. Ich hab noch... Ah ja, Hauptcharakter. Wie gesagt, da sie eh nichts anderes kann, außer Healen. Es ist, ähm... Relativ egal. Yay, Level up. Ich mein, die Fee werde ich eh so schnell rausschmeißen, wie es nur irgendwie geht. Aber, naja. Noch kann man da im Moment nichts dran machen. Noch ist sie da. So, ich muss gleich gucken. Gleich klingelt mein Wecker zum Aufstehen. Verdammt. Warum müssen die Ferien auch schon wieder rum sein? Naja. Egal. Ihr werdet mich trotzdem hier haben. Yay, noch ein Level up. So wiederum gefällt mir das sehr. Bam, 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 bam. Okay, das war geklaut. Das waren geklaute Erfahrungspunkte, die ich hätte gebrauchen können. Egal. Einfach weiter, unweit, unweit. Immer weiter drauf. Irgendwann erwischen wir den Ding schon. Hab ich nicht gesagt. Ähm, oh Gott. Flaurus brucht drinnen an hier. Wo ist sie denn da? Guck, meine Zauberin noch dran. Gut, sie kommt dran. Gut. Dann haben wir Flaurus wieder über 100 Punkte. Was immer positiv ist. So, Feuer auf den. Ähm. So. Verdammt. Okay, ich hab nie Idee. Vielleicht klappt's ja. Komm schon. Ah, verdammt. Na, schade. Sehr schade, sowas. Äh, Sniper Emblem. Ja, Sniper Emblem ist auch schön. Gibt, glaub ich, schnell...